Dominique Dropsy war ein französischer Fußballspieler. Vereinskarriere. Als Kind und Jugendlicher spielte der Torhüter bei einem Amateurverein in Hirsen in der heimatlichen Pekadi. 1970 unterschrieb er einen Vertrag bei der US-Valencien anziehen, für die er erstmals im August 1972 in einem Punktspiel der Division eine DK-Sekunde Tor hütete und diesen Platz bis zum Saisonende verteidigte. Als Valencien am Saisonende 1972-73 in die zweite Liga absteigen musste, hätte ihn der Nachbar OSC Lille gerne verpflichtet, Dominique Dropsy nahm stattdessen aber lieber ein Angebot von Racing Strasbourg an. Mit den Elsässern erlebte er in den folgenden elf Jahren Höhen und Tiefen. 1976 stieg er mit Strasbourg in die Division 2 ab, blieb diesmal aber bei dem Club, der ein Jahr später prompt wieder in die höchste Spielklasse zurückkehrte. Der Aufsteiger wurde 1978 auf Anhieb Tabellendritter und gewann ein Jahr darauf, in der Saison 1978-79, sogar die Meisterschaft. Im Landespokal kam Dropsy mit dieser Mannschaft allerdings nur zweimal bis in das Halbfinale im Meisterjahr und nochmals 1981. Und auch in der Liga schloss Racing bis 1984 jeweils nur noch auf Mittelfeldrängen ab. Dafür wurde der Torhüter persönlich als konstante Starspieler der Saison 1981 still mit der Ituale DOR ausgezeichnet. Die Stärken des talentierten Modellathleten Dropsy lagen in seiner Fangsicherheit, seinem präzisen Abstoß und der Ruhe. Die er auch auf seine Vorderleute ausstrahlte, größte Schwäche war die Strafraumbeherrschung. Er zögerte nicht selten, wenn bei hohen Hereingaben sein Eingreifen außerhalb des 5-Meter-Raums gefragt war. Nach 372 Erstligaspielen in elf Jahren bei Strasbourg entsprechend einem Saisonmittel von 34 Einsätzen, was bedeutet, Dass Dominique Dropsy kaum einmal verletzt war, wechselte der inzwischen 3-2-Jährige 1984 zum amtierenden Meister Girondins Bordeaux. Hier holte er in den folgenden vier Spielzeiten nach, was er an Titeln bei seinen vorherigen Klubs nur einmal gewinnen konnte. Je zwei Meisterschaften sowie zwei Siege im Pokal, der Coupe de France. Wobei der Doppelerfolg 1987 den Girondins und Dropsy persönlich auch noch das Double bescherte. Beide Pokalendspiele gewann Bordeaux gegen Olympique Marseille. Und das Geheimnis der Erfolge dieses Klubs lässt sich anhand der Namen von Dropses Mitspielern erklären. Trainer M. Jockett bot in den Finals unter anderem Patrick Battisten, Leonhard Specht, Gernot Rohr, Alain Roche, René Girard, Jean Tigana, Al-Igiresse, Bernhard Lacombe, Jean-Marc Ferreri, Uwe Reinders und Slatko Vujovic auf. Zudem erreichte Dropsy zweimal das Halbfinale im europäischen Vereinswettbewerben. 1985 bedeutete im Europapokal der Landesmeister die Niederlage gegen Juventus Turin das Aus. 1987 beendete Lok Leipzig im Pokalsiegercup 1987 sogar erst im Elfmeterschießen weitergehende Hoffnungen der Girondins. Insbesondere das knappe Scheitern gegen die DDR-Mannschaft traf den Torhüter auch Jahre später noch tief. Das war sehr, sehr bitter. Wir waren die deutlich bessere Elf und? Im Ergebnis hatten wir gar nichts davon. Seine letzte Saison bei Bordeaux verlief demgegenüber eher ereignisarm. Allerdings stellte Dominique Dropsy mit seinem letzten Punktspieleinsatz Ende April 1989 einen Rekord von 596 Partien in der Division 1 auf, der erst fünf Jahre später von einem anderen Profi überboten wurde und bis zu Dropsy's Tod immer noch den dritten Rang in der Liste der französischen Rekordspieler aller Zeiten bedeutete. Station in Hilsen, Union Sportive Valencien anziehen, Racing Club de Strasbourg, Girondins de Bordeaux. In der Nationalmannschaft zwischen Juni 1978 und Mai 1981 bestritt Dropsy 17 A-Länderspiele für Frankreich. Dabei debütierte er, obwohl eigentlich nur die Nummer 3 im Aufgebot der Blössinter Baratelli und Bertrand de Maness, während der Weltmeisterschaft 1978 im letzten Gruppenspiel der Vorrunde. Das allerdings auch nur noch statistischen Wert besaß, weil beide Teams bereits ausgeschieden waren. Nach diesem Turnier setzte er sich unter Nationaltrainer Hidalgo als Stammtorwart durch. Bestritt unter anderem fünf der sechs Qualifikationsspiele zur EM 1980 und die ersten vier Partien in der WM-Qualifikation für 1982. Dabei lastete, man ihm in der veröffentlichten Meinung insbesondere ein kurioses Gegentor im Spiel gegen die Niederlande an. Als ein 30-M-Schuss von Arnold Möhren zunächst gegen den Pfosten klatschte, von dort gegen Dropsy's Nacken sprang und ins Tor kullerte. Gegen Mannschaften aus deutschsprachigen Ländern hütete Dominique Dropsy das französische Tor dreimal. Gegen Luxemburg sowie gegen Deutschland 1980 bei der 1-4-Niederlage in Hannover. Sein letztes Länderspiel absolvierte er 1981 gegen Brasilien. Anschließend löste ihn zunächst Jean Castaneda und ab der Weltmeisterschaft 1982. Jean Eloucietori in der Nationalelf ab. Palmares, französischer Meister 1979-1985-1987, französischer Pokalsieger 1986-1987, 17 A-Länder-Spiele für Frankreich, ABM-Teilnehmer 1978. 596 Spiele in der Division 1, davon 38 für Valenciennes, 372 für Straßburg, 186 für Bordeaux. 42 Einsätze in den Europa-Pokal-Wettbewerben, davon 12 für Straßburg und 30 für Bordeaux-Halbfinalist im Landesmeistercup 1985 und im Pokalsiegercup 1987. Gewinner der Etuale d'Or 1981-1981-Leben nach der Spielerkarriere. Nach seinem Abschied als Aktiver arbeitete Dropsy weiterhin für Girondins Bordeaux. Beispielsweise in der Talentsichtung von Kindern und der Durchführung von Ferientrainingslagern für Jugendliche. Von 1990 bis 1998 kümmerte er sich um die Torhüter-Ausbildung in Bordeaux-Nachwuchszentrum Leheilern und war bis in die 2010er Jahre Torwarttrainer. Bei den Profis. Dabei hatte er nicht nur Nationalkieper wie Ulrich Rahme unter seinen Fettichen, sondern auch für kurze Zeit seinen Sohn Damien. Der sich allerdings nicht durchzusetzen vermochte, im März 2011 wurde bei ihm akute Leukämie diagnostiziert. Einige Monate nach einer Knochenmarktransplantation kehrte er zu den Girondins zurück. Konnte aber auch im Mai 2012 seine Tätigkeit noch nicht wieder aufnehmen, am 7. Oktober 2015 starb Dominique Dropsy an den Folgen dieser Krankheit.